hallo und herzlich willkommen hier bei selo tv mein name ist viktoria selo nein mein name ist viktoria steuer aber damit werden wir schon beim thema denn wir befinden uns heute auf dem robert koch platz hier in selo bei dem bambini turnier und hinter mir sehen sie jetzt den sv selo den sv viktoria selo wir zeigen ihnen ausschnitte viel spaß und bis gleich oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier bin ich wieder mit einem Zwischenstand. Das Spiel SV Viktoria Selow gegen Frietzen hat leider mit 3 zu 0 für Frietzen geendet. Aber das macht gar nichts, denn Viktoria wird weiter kämpfen und im nächsten Spiel hoffentlich gewinnen. Bis gleich!